Oh, oh, ich möchte dich häuten. Das war random. Pling, 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 pling. Oh mein Gott. Ja, wir sind da. Oh, schau, genau deswegen habe ich ihn eigentlich hingestellt, damit ich nicht voll über dein Ding drüber fahre mit dem... Ich hab schon geschwitzt, also. Ja, ich muss gleich noch für die Arbeit kurz was machen. Wie busy er da steht. Business halt, ne? Sag mir mal, haben die irgendwie eine Internetseite oder so? Ich will wissen, was das für eine Firma ist. Voll die gesunde Einkäufe. Und dein Messer. Texas, it's dangerous to go down. Ich hab das hier alles under control. No, don't do it! No! No! What the fuck? Das ist ja aber savage. Das ist ja die Hintertür. Oh, ho, ho, ho! Das in Zeitlupe. Also jetzt, um noch mal kurz zu klären. Wir brechen bei Silas Nachbarn ein. Deswegen ist Arvid auch gerade so stealthy unterwegs. Pling! Plingchen! Guck mal, ich hab hier eine Fliege drin eingeschossen. Eine Fliege! Alter, brutal! Willst du? Einen Viertel Apfel, der ja nicht so ganz vergammelt aussieht. Die liegen ja schon ein bisschen länger da rum. Und so kleine Stücke drauf schneiden. So, die fliegen wieder frei. Oh. Ähm. Frisches Wasser. Alter. Das ist hier wie bei Herrn Thierlieb, oder wie war das? Wir spielen Beethoven, Benjamin. Das ist ganz was Besonderes. Mach was, sei interessant. Du kannst vielleicht auch das Ding hier wegwerfen, dann kommst du ja ein bisschen besser beobachten. Nager sind meistens so interessant. Macht der überhaupt irgendwas? Das sieht total sweet aus. Beißt der? Nein. Oh, der kommt raus. Der ist voll weich. Los, beiß. Du sollst auch den Nager anfassen. Das ist so flauschig, das ist einfach nur Fell und dann so... Give it to me, Baby. Aha, aha. Oh. Oh. Ich möchte dich häuten. Ich möchte dich häuten. Ich möchte dich häuten. Okay. Fucking weirdo. Jetzt legen wir den Rest da rein. Du darf ihn einfach so anfassen im Nager. Dann kannst du ihm die Blätter da reinlegen. Und dann... Can you touch him? Ja. Nein, nein, nein. Ja, so ist erstmal... Oh, der ist tatsächlich zu. Oh. Bestimmt grad voll stressig für den, wenn hier so viele Menschen stehen. So viele vor allen Dingen. Ja, drei Leute. Aha, hier ist die Anleitung für den Nager. Wie bediene ich den Nager? How to. Was für ein actionloses Tier. Was hast du erwartet? Das ist ein Nager. Du hast gedacht, dass das so eine Orca-Show ist. Oder was? Das schmeckt der Hof frisch zu dir frisch. Wären das wenigstens zwei, dann würden die noch irgendwie rammeln oder so. Das waren zwei, aber der eine ist leider verendet. Eine Orca-Show vor allen Dingen. Okay, ich glaube das war's dann ja auch schon. Und das ist Silas wahre Wohnung. Und das ist seine unwahre Wohnung. Ja, die ist auch gesegnet von Sternsängern. Oh, ein Glück. Ja. Diese Zeugen Jehovas. 2016. Hier sogar noch von 2008. Zeitsprung. 13. Der nächste kommt dann wieder hier drauf, dann wieder da drauf und so. Aha. Ciao. Ishma ist heute dabei. On your shelf. Gesundheitssandal. Ganz schön sick. Ganz schön sick. Nein Mama. Ich will nicht zur Schule. Ich will mich noch hinlegen. Du Affe. Nein, Mama! On your show. Ich will nicht zur Schule. Ich will mich noch hinlegen. What the fuck? Ich mache antike Städten kaputt. Gesundheitssandal. Nicer Schwein. Nicer Schwein. Die Bediensteten haben Urlaub, aber das ist nicht so... Obwohl, Silas! Silas, wärst du so nett und... Ja, stimmt. Mach mir einen Kaffee, genau. Du denkst doch an nix, Nigga. Ich rufe gleich noch Natalie an und dann regeln. Regeln wir das schon. Aber Natalie ist doch in ihrer Villa in den Candles. Aber wir sind nicht in den N15. Oh, na gut, dann wird das schon irgendeine Bitch auf der Straße machen. So sitzt das eh ganz schön bequemer. Ähm, boah, jetzt bin ich heute befragt. Wir haben hier unser Setup aufgebaut, ja. Nee, das ist auf jeden Fall nicht der Angel, oder? Nee, ist semi-provisorisch. Kannst du mal kurz auf mein Handy klicken? Und eins zurück machen? Und schauen, was das ist. Äh... Sounddramedy. Ah, ja, klar. Sounddramedy. Ja, klar. Iphone und shit. Ups. Nice. Hier ist mein Setup. Ja. Ich mal. Und er ist diesmal Xbox-los. Uh, das muss man krass jetzt zensieren. Dafür am Arbeiten. Meine geheime Identität. Was denn? Mein Nachbar. Ach so. Ja. Ne, ich dachte, das wäre irgendwas visuelles. Nein, nein. Das Bier wollte zensieren. Ja. Amerika. Alkohol. Hier. Alkohol. Fuck you, bitch. Germany. Das 101 des Jahres. Nice. Oh. Oh. Wir ernähren uns mediterran. Der Fokus ist nicht richtig so. Super mediterran. Beide Schuhe an, ja? Du hast den Pappkatton. Egal. Das ist hier kult. Schuhe hier ab, äh, meine Füße hier ab. Das ist einfach angenehm oder so. Also ich find's sehr komisch. Das ist irgendwie so... Nicht warm, aber auch nicht kalt. Ja. Geht das dazu wie ein Platz? Nein. Das ist halt auch wieder dieses komische Wetter, wo, ähm, wo die einen so in so einer dünnen Daunenjacke, diese Sommerdaunen, wie sie nennen, umlaufen und die anderen in T-Shirt und kurzer Hose. Bitte. Das stimmt, ja. Ich nehme jetzt einfach so ein Stückchen. So. Wir sind das Gangster auf der Fahrrad-Squad. Oh, dead ass. Das Ding ist natürlich hier meine Tasche. Und wir werden gleich mit dieser tollen Klingel hier von Tour gehen. Meine große Tasche, dass mir dann mein Handy rausfällt. Das finde ich letztens passiert, als ich irgendwo rumsaß, beim Essen, in einem Restaurant tatsächlich. Und da ist mir dann mein Handy aus dem Ofen gefallen, weil ich so... Oh Gott. Dreh ich mal bitte um. Bin soweit. Scheiße. Wenn ich mir so blöd war, dass... Wenn ihr in dieser Toilette länger als 20 Minuten scheißt, dann öffnet sich die Tür automatisch. Also... Willst du das im Sex-Experiment? Selbstexperiment herausfinden? Sechstexperiment. Sitz da da und ich erst zur Hälfte mit der Wurst durch. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Du weißt aber, was siehst du jetzt. So. Bis da. Kannst du ja bitte... Wenn wir da noch 50 Cent reinwerfen werden. Gucken dann und so. Hey. What up Pups? Ja genau. Das lassen das ist weird. Okay. Das sagt nämlich niemand anderes was. Er schaut halt auf diesem Shot. Also normal sieht er ganz normal aus. Ist er so blass und großäugig. Ja. Der Abschluss des Tages. Ich weiß trotzdem. Sonst hört man uns halt nur. Fahrradfahren ist geil. Fahrt Fahrrad, wenn ihr ein Fahrrad habt. Wenn ihr kein Fahrrad habt, kauft euch ein Fahrrad. Das merkt ihr halt jetzt erst so irgendwie, als wäre es so. Voll die Lebenserkenntnis. Das stimmt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass Fahrradfahren geil ist. Aber ich bin jetzt schon länger nicht mehr Fahrrad gefahren. Ja warum? Weil es unten im Keller steht und ich wieder aufpumpen müsste. Oh nein. Und jetzt wo ich es gerade wieder gefahren bin, fällt mir wieder auf. Wie geil es ist. Dann erinnere ich mich wieder wie geil Fahrradfahren eigentlich ist. Das war der Nummer 1. Tschüss. Eddie mach Moves. Nein, lass mal so tun, als wäre das eine natürliche Umgebung. Als würde er sich einfach so stylen. Wie trägt man solche Mützen denn richtig? Ultrakonisch. Ey, ich trag die eh immer auf. Andersrum. Oh Gott, ich krieg den Fokus nicht hin. Scheiße. Ja.